Hey Jekko, weißt du was... W-was machst du da? Ich hab meine YouTube Shorts angezogen. Passend für das neue YouTube Shorts Format! YouTube Shorts? Was soll das sein? Naja, die sind wie Instagram Stories, nur mehr Mainstream. Es sind Kurzvideos, die in letzter Zeit voll beliebt sind. In manchen von denen kommen Memes vor. Ach, kurz gehaltene Videos, in denen Memes vorkommen? Von wo kennen wir das? Ja, whatever. Komm, wir nehmen auch eins auf. Oh, Helena! Komm doch. Ich werde nie im Leben bei sowas mitmachen. Schon okay, die Kamera lief die ganze Zeit. Äh, äh... Okay, hör with euch. instruments sind zu einzig. Untertitelung des ZDF, 2020